Dieses Lied Wenden wir den Menschen in Syrien, die unter dem Regime von Bashar Assad Quale leiden müssen. Im Gedenken besonders an alle Kinder, die gestorben sind, wie der kleine 13-jährige Hans al-Khatib, der von dem Regime bei einer friedlichen Demonstration von dessen Vater weggerissen und auf unvorstellbare Weise zu Tode gefoltert wurde. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Schau nicht weg, schau hin, was in Syrien passiert ist schlimm Wir kämpfen Menschen Hand in Hand für die Freiheit in ihrem Land Ersterben Menschen Tag für Tag, das Regime bringt sie ins Grab Sie wollen friedlich demonstrieren und müssen dabei ihr Leben verlieren Traum ist die Herzen aus, für Hamza stromende Blumen Dieser Junge musste sterben und im Folter erlitt er Qualen Lass uns für die Sühe beten, das Blusha Assad wird aufgeben Das lässt die Menschen leben, denn Freiheit ist ein Segen Freiheit ist ein Segen Lass uns für die Sühe beten, das Blusha Assad wird aufgeben Das lässt die Menschen leben, denn Freiheit ist ein Segen Freiheit ist ein Segen Wir sagen nein, wir schauen nicht weg, die Augen schließen hat keinen Zweck Alle Menschen wollen Freiheit und in Frieden leben Keine Diktatur der Innen, dieses Verherschen kann verbieten Vampire sind keine Märchen, Abwechsa von Assad sind wahr Sie vergießen Blut der Menschen, Abwechsa von Assad, Bashar Abwechsa von Assad, Bashar Abwechsa von Assad, Bashar Lass uns für die Sühe beten, das Blusha Assad wird aufgeben Das lässt die Menschen leben, denn Freiheit ist ein Segen Freiheit ist ein Segen Lass uns für die Sühe beten, das Blusha Assad wird aufgeben Das lässt die Menschen leben, denn Freiheit ist ein Segen Freiheit ist ein Segen Schau nicht weg, schaut hin An Menschen sterben, hat das Sinn Nur als sie nach Freiheit streben Jeder Mensch hat Recht auf Leben Wir sagen nein, wir schauen nicht weg Alle Menschen wollen leben Und in Syrien ist das Ziel Ohne Diktatur zu leben Ohne Diktatur zu leben Ohne Diktatur zu leben Lass uns für die Sühe beten, das Blusha Assad wird aufgeben Das lässt die Menschen leben, denn Freiheit ist ein Segen Freiheit ist ein Segen Lass uns für die Sühe beten, das Blusha Assad wird aufgeben Das lässt die Menschen leben, denn Freiheit ist ein Segen Freiheit ist ein Segen Lass uns für die Sühe beten, das Blusha Assad wird aufgeben Das lässt die Menschen leben, denn Freiheit ist ein Segen Freiheit ist ein Segen Freiheit ist ein Segen Freiheit ist ein Segen Ohne Diktatur zu leben, denn Freiheit ist ein Segen Lass uns für die Sühe beten, das Blusha Assad wird aufgeben Lass uns für die Sühe beten, das Blusha Assad wird aufgeben Ja.